so schön dass du wieder dabei bist heute geht es um ein sehr spannendes thema wieder aus der reihe sie wünschen wir spielen und heute wurde das thema umgang mit entscheidungen herausgepickt von mir und ich möchte euch damit erstens eine grundlage ich möchte die damit eine grundlage wie du vielleicht in zukunft besser für dich richtiger entscheiden kannst und auch was bei entscheidungen irgendwie alles so mitschwingt das möchte ich dir auch gerne mitgeben das gehört auch dazu das sind auch diese vier schmerzen das haben wir nicht so gern diese vier schmerzen beim entscheiden und auch darüber werden wir heute sprechen ich freue mich so sehr wo auch immer du mich hörst auf spotify über youtube ob du da gerade zu hause sitzt oder irgendwo im auto unterwegs bist oder vielleicht einen wandertag da für dich dazu auserkoren hast um diesen podcast zu hören so schön dass du dabei bist und an dieser stelle wieder von ganzem herzen danke 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 für dein hören für den mittun für deine rückmeldungen und einfach für dein sein so wie du bist dadurch ist es machst du es für mich auch zu einem wertvollen akt was wert ist wenn ich diesen youtube produzieren wird und die katharina den herausgeben wird und keine menschenseele wird sie dafür interessieren also insofern an alle seelen da draußen die vielleicht einfach nur im stillen sich diesen youtube für sich anhören danke 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 also es geht heute haben wir gehört um dieses thema umgang mit entscheidungen das ist so ein spezial thema schon mehr gemacht in dieser ecke weil es so immer wieder auch in den coachings logischerweise so in meiner praxis aufschlägt und heute picken wir uns diesen entscheidungsteil einmal heraus ja du wirst auch weiterführendes metral finden du magst bei den fünf logotherapeutischen bären von der elisabeth lukas da habe ich mal so einen spezial podcast dazu gemacht das ist dieser gesunde umgang mit problemen und heute wie gesagt geht es um das thema entscheiden also vorausgesetzt einmal was bedeutet überhaupt sich entscheiden zu können unter welchen voraussetzungen bist du überhaupt in der lage dich entscheiden zu können natürlich geht das nur wenn es um veränderbare lebenssituationen geht das heißt alles wo du gar keine wahlmöglichkeit hast das ist logischerweise auch nicht von dir zu entscheiden also wenn dir hausend bei einem unfall ein fuß amputiert werden muss damit der ganze restliche organismus gerettet werden damit du gerettet werden kannst dann geht es da nicht um eine entscheidung machen wir das oder machen wir das nicht sondern da ist eine wahl die getroffen wird für dich jetzt in dem moment was jetzt so das beste für dich ist das heißt das was wir heute behandeln und besprechen das sind wirklich veränderbare lebenssituationen und das sei auch gleich vorweg gesagt es gibt so vier arten wie immer mit veränderbaren bitte wir sind immer in der kategorie noch veränderbare bei den unabänderlichen lebenssituationen gilt nur eines dem mit einer dementsprechenden haltung zu begegnen diese haltung diese einstellung dazu kannst du natürlich für dich wählen ob du dich als opfer füßt oder ob du sagst okay ich nehme diese erfahrung jetzt an und integriere sie so gut ich kann in mein leben das bleibt dir vorbehalten aber du kannst quasi im handeln nichts machen aber in der haltung hast du immer die wahl so das was wir heute besprechen wollen das sind veränderbare lebenssituationen wo es dir einfach nicht so gut geht damit und wie kannst du dann eine gute entscheidung für dich treffen und da gibt es so unterschiedliche zugänge wie da halt menschen an sowas herangehen wie könnte es anders sein wieder ein vier schritte programm wie tut man das dann wie geht man gut um mit entscheidungen wie trifft man gute entscheidungen aber wie gesagt zuerst noch einen step davor was machen oft menschen die in einer veränderbaren lebenssituation sind und trotzdem nichts tun die schlagen dann also bei mir im coaching auf und da kannst du also vier kategorien festmachen die menschen damit umgehen das kennst du vielleicht von dir selber aber ganz sicher kennst du das irgendwie so aus deinem umfeld die ersten das sind so die sagen ich will nichts verändern weil irgendwie nichts verändern kann ja also wir würden sagen dass der klassische masochist wer könnte ja etwas verändern nur er will es nicht weil er das unbequeme irgendwie scheut ja also weil er das bequeme nicht aufgeben mag und das ist was 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 in meiner praxis dann das gilt es immer wie soll ich sagen zu ordnen das heißt den menschen sehr wohl bewusst zu machen du hättest du war du hättest die wahl du könntest nur du machst es nicht und ich respektiere diese entscheidung das heißt ich nehme sein verändern sein nicht verändern wollen oder nicht verändern können scheinbares nicht verändern können als eine entscheidung und die respektiere und genauso schicken dann wieder hinaus das ist nicht immer so super für die menschen aber das ist die richtige und notwendige intervention dass ich auch ethisch für mich als klein sauber arbeiten kann zum beispiel aber meinen menschen da kommt der war lehrer und er hat gesagt er ist jetzt schon der dritte lehrer also der lehrer in der dritten generation korrekterweise gesagt er wollte den beruf überhaupt nicht das war nie seine seine beste entscheidung es war überhaupt nicht so eine entscheidung es ist für ihn entschieden worden und ich frage ihn dann wie lange schon lehrer ist und er sagt mir seit 22 jahren und da muss ich dann dieses stopp anbringen und sagen in diesen 22 jahren hätten sie ganz ganz oft die wahl gehabt immer wieder neu zu entscheiden und sie haben sie jetzt auch noch und wenn sie sagen ich bleibe lehrer weil mir der rest zu unbequem ist ist es voll in ordnung aber erzählen sie mir nicht dass sie nicht wählen können für sich einen anderen weg zu entscheiden ja das ist halt dann unbequem ist halt der preis dafür haben wir auch schon in einer anderen folge einmal gehört dazu also die ersten die sagen ich kann nichts verändern und im grunde schwingt damit ich will nichts verändern ja dann haben wir die zweite kategorie die klagen darüber die klagen darüber wie furchtbar das ist also das heißt die kommen gar nicht so weit mit dem das sagen ich kann nichts verändern sondern die klagen nur die klagen nur diesen ganz massiven zustand und denen gilt es irgendwie auch bewusst zu machen worüber klagst du denn wenn du was ändern kannst steht dir diese klage nicht zu und wenn du nichts ändern kannst dann bringt dir die klage nichts dann schau lieber dass du in einer haltung klar warst klar wirst dazu stellung zu nehmen also das ist die zweite kategorie gehört dann auch korrigiert ja die dritte kategorie das ist jetzt die mischform aus den ersten zweien die reden darüber dass sie irgendwie nichts verändern können und klagen ständig und da ist es auch wichtig ganz bewusst zu machen du hast mir das jetzt schon zum vierten mal erzählt ich habe dir angeboten ich begleite dich da dabei unterstütze dich dabei du all das was da irgendwie ich angeteilen lassen kann wenn du nichts verändern magst dann würde ich dich bitten respektieren immer das so aber hör auf zu klagen also so ganz bewusst erlaubt dir auch diese stopptaste diesen cut zu machen du musst dir das nicht immer anhören die vierte kategorie das sind die menschen die sehr wohl gewillt sind etwas zu verändern die das was das leben gerade daher schickt was irgendwie entschieden werden soll verändert werden soll das wirklich als Appell des lebens sehen also quasi das leben hat diesen aufgabencharakter da holen wir uns wieder frankl herein frankl sagt dir das leben stellt die fragen und ja manche fragen sind wirklich extrem schlimm und blöd gestellt aber erinnere dich an die schulzeit noch niemals ist ein test bewertet worden nach der qualität der fragen sondern ausschließlich nach deiner qualität der antworten also sprich deine antworten sind immer benotet und bewertet worden aber selbst und die frage noch so saudäppert gestellt worden ist verzeihen wir diesen ausdruck dann war das irgendwie kein bewertungsgrad für eine note also das heißt die vierte kategorie das sind die menschen die das wirklich als lebensappell wahrnehmen und sagen jetzt bin ich als mensch gefordert jetzt bin ich gefordert zu wählen wie mit dem umgehe und in dem moment wirst du quasi vom leben hinein geworfen eine entscheidung zu treffen und wie geht es jetzt da gibt es dieses aegh programm und das möchte jetzt mit dir durchgehen erster schritt a steht für abwägen du bist jetzt gefordert alle möglichkeiten alle wählbaren möglichkeiten wirklich abzuwägen was ist jetzt gescheit welche wahlmöglichkeiten habe ich haben wir auch schon in einem anderen podcast einmal besprochen möchte ich jetzt gerne nicht genauer darauf eingehen nur eines ist da dazu gesagt wenn menschen in diesem abwägen hängen bleiben so soll ich das oder das machen soll ich das oder das wenn dieses abwägen zu lange dauert dann sprechen wir von schwebe zuständen das heißt du schwenkst ständig zwischen zwei sesseln hin und her und irgendwann sind möglicherweise beide sesseln weg und du hast auf keinem irgendwie platz gefunden das heißt mach diesen prozess des abwägens nicht zu lange du wirst so und so niemals alle informationen in vollversion bekommen setzt dir klare endpunkte bis wann dieses abwägen vorbei ist sagt er entweder ein datum oder sagt er bis eine gewisse situation eingetreten ist mach es ganz klar für dich wenn dieser prozess abgeschlossen ist also wann das wirklich für dich vorbei ist abwägen erster punkt jetzt kommt der zweite punkt aegh haben wir gesagt e wie entscheiden jetzt bist du gefordert eine möglichkeit von allen anderen herauszuwählen jetzt geht es wirklich darum diese entscheidung zu treffen und bei dieser entscheidung die du jetzt triffst es ist ganz wichtig dass du diese entscheidung die du triffst vor deinem gewissen triffst das heißt triff keine entscheidung aus diesem moral anspruch aus aus diesem sogenannten über ich noch freud ja also was ist dieses moralische das ist über ich das ist dieses man tut also da geht es nicht das ist nicht personal das hat das heißt du bist du gar nicht gefragt sondern nur was man tut oder was man nicht tut das ist da da geht es gar nicht um die und es ist wichtig dass du das gut unterscheiden kannst bei dieser entscheidung aber gesagt muss vor deinem gewissen stand halten und nicht vor deiner moralinstanz das ist nicht das thema wie kannst du jetzt dieses über ich diese über ich stimme und diese gewissen stimme unterscheiden vielleicht ein wichtiger hinweis da dazu die gewissen stimme moralisiert nie never niemals die gewissen stimme macht niemals einen druck und diese gewissen stimme ist immer eher anleitend aber nicht so zack so und so gehört es gemacht das tut man oder das tut man nicht an dieser qualität erkennst du dass du es nicht mit der gewissen stimme zu tun zu tun hast während diese moral keule also dieses über ich wenn aus dem was daherkommt das ist meistens nicht personal also wir haben schon gehört da geht es nicht um dich sondern da geht es immer um dieses man tut und man verhält sich so oder so oder so oder so nicht also immer an dem erkennst du es erzeugt einen gewissen druck immer wenn ein druck dabei ist macht dir bewusst es ist entweder eine manipulation von jemand anderem was so hereinschwingt in dein entscheidungskriterium also so dieses jemand anders hätte gern für dich dass du so oder so wählst das erzeugt druck also diese manipulation oder diese moralisierung also sprich wo du dieses gesellschaftliche konstrukt irgendwie so genommen hast und das ist eine entscheidungsgrundlage zu deiner entscheidungsgrundlage machst beides ist nicht so ratsam weil wir haben ja gehört es soll vor einer einzigen instanz irgendwie bestehen deine entscheidung und das ist ein inneres gewissen das ist so und so das gewisseste was wir zur verfügung haben da kannst du auch mit diesem mit dieser mit dieser entscheidung wir sind immer noch beim zweiten punkt ewe entscheidung kannst du auch fragen wenn du so in zehn jahren auf dich jetzt auf dieses heutige ich dass du jetzt bist hinschaust wie möchtest du gewählt haben also das heißt machst du diesen diesen zeitsprung ja so dieses geh ganz bewusst in die zukunft und schau auf diese jetzige situation wie möchtest du dass du damals jetzt zu dem heutigen zeitpunkt entschieden aus und wenn du für dich gewählt hast wir reden dann immer kurz über diese vier schmerzen wenn du für dich entschieden hast dann kommt jetzt a e g jetzt kommt dieses g und g steht für gut sein lassen das heißt du hast für dich gewählt und jetzt lass es gut sein das heißt ganz bewusst nicht noch mal optionen aufwärmen nicht noch mal deine entscheidung revidieren sonst wirst du unsauber unklar vor dir selbst und für dich selbst das heißt du verlierst an selbstachtung wenn du deine eigenen entscheidungen permanent revidierst indem du wieder alle möglichkeiten an die oberfläche holst lass es gut sein die anderen möglichkeiten ruhen lassen das geht indem du sauber hinschaust und sagst ich habe bereits gewählt dankeschön ihr dürft ruhig anklopfen die anderen möglichkeiten ich habe für mich entschieden und das ist jetzt gut so ich lasse es jetzt gut sein nicht noch mit rücken ganz ganz ein wichtiger punkt bleib sauber bei dir bleib vor deinem gewissen konstant und lass es gut sein und jetzt kommt der vierte schritt nämlich dieses a e g h jetzt geht es ums wirkliche tun das haben wir auch schon in dem anderen podcast gehört handeln eine entscheidung ohne handlung ist ein lippenbekenntnis das ist das wenn du manchmal menschen also das heißt da kommt keine handlung und eine jetzt kommt ein wichtiger satz eine entscheidung ohne einer handlung mündet in eine krise das ist ein krisenträchtiger zustand das heißt damit baust du dir zukünftige wunderbare krisensituationen in deinem leben auf und ich glaube nicht dass das das was sie ist was du wirklich gerne und absichtlich in dein leben bringen mag das heißt handle setz ganz bewusst akzente mach was du dafür bring es drüber bring es über diese schwelle in die realität ja aus deiner inneren haltung aus deiner inneren entscheidung bringen sie in diese wirklichkeit hinein so und jetzt habe gesagt es gibt noch etwas was ganz wichtig ist nämlich die vier schmerzen über die sollte man auch noch reden die bei diesem entscheidungs immer bei einem entscheidungsthema immer dabei sind der erste große schmerz der dir da so begegnet das ist natürlich der verlust der anderen möglichkeiten in dem moment wo du eines auswählst wählst du alles andere ab und das macht dir bewusst jede entscheidung ist immer eine aus und eine abwahl und da was hilft da wie kannst du mit diesem schmerz umgehen macht dir bewusst wofür du gewählt hast also zeichnet ein klares dafür dafür bin ich bereit diesen schmerz in kauf zu nehmen nämlich diesen schmerz dass alle anderen möglichkeiten jetzt verlustig sind nicht auf ewig ja da gibt es auch ein podcast dazu aber zumindest im moment sind alle anderen möglichkeiten nicht zu verwirklichen und wann du dieses klare dafür mache ich es wenn du dieses klare hoch ist also diesen wert wirklich auf polierst ja der da so oben leuchtet dann kannst du mit diesem schmerz besser umgehen zweite große schmerz der auftaucht immer wenn du bei entscheidungen gefordert bist dass du auch mit einer wertekollision zu tun hast manchmal also das heißt in einem wertekonflikt drinnen steckst ja das ist im kleinen genauso wie im großen nehmen wir an du bist irgendwie ich weiß es nicht gerade bei dir in deiner arbeit und dann triffst du eine kollegin oder einen kollegen am gang du weißt du hast extrem viel arbeit und die kollegin die wieder gerade irgendwer erzählen was so in ihrem leben gerade wichtiges vorgeht und jetzt warst du nicht wie sollst du die entscheiden bleibst du bei ihr und widmest dich ihr oder eigentlich solltest du weitergehen damit du deine arbeit machen kannst und jetzt bist du quasi in diesem wertekonflikt drinnen und hast eine entscheidung zu treffen ja wie geht es wieder zweiter punkt wie kannst du mit diesem schmerz umgehen deine entscheidung auch mit sich bringt wieder vor deinem gewissen hat diese entscheidung standzuhalten das heißt wie möchtest du wie man über dich spricht was ist jetzt die sinnvollste wahl sinnvoll wissen ja das schon was ist jetzt die beste möglichkeit für dich und für alle beteiligten und vielleicht ist es so dass du sagst ich höre jetzt ein paar minuten zu oder ich sage gleich vor vornherein meine liebe xy ich habe selber sehr viel zu tun aber es ist mir ganz ganz wichtig dass ich jetzt bei dir bin und deswegen die fünf minuten dem niemandem als ganz bewusst seid lass uns kurz in die kaffeeküche gehen oder lass uns kurz wohin gehen dass wir das in ruhe besprechen können und dann hast du für dich sauber gewählt sauber entschieden wie du diese werte nacheinander für dich jetzt irgendwie priorisiert hast und damit hast du diesen wertekonflikt auch gelöst oder du gehst vielleicht ein anderes beispiel bist unter zeitdruck da wartet schon ein termin auf dich und du gehst auf der straße und gerade vor dir fällt einer alten frau oder einem alten mann irgendwas runter von vom einkauf oder so und eigentlich möchtest du schon weiter gehen und du siehst das ist jetzt da das heißt was ist das sinnappell des augenblicks worum geht es jetzt was ist jetzt wichtiger was ist jetzt relevanter und da gibt es das ist wieder eine personalentscheidung die du nur vor deinem gewissen fällen kannst die kann kein anderer mensch für dich fällen halte sie immer von deinem gewissen hin und sagt was ist jetzt das bestmögliche für mich und für alle beteiligten wenn zum beispiel springen wir noch einmal zurück dieses beispiel mit der kollegin am gang wenn du weißt die ball labert mir wieder extrem voll und ich komme mit meiner arbeit nicht weiter ihr geht es dann gut aber mir geht es dann schlechter dann ist es keine sinnvolle wahl für die du die jetzt entscheiden wirst wenn du ihr die permanente aufmerksamkeit schenken wirst das heißt eine sinnvolle wahl ist wirklich für dich und für alle beteiligten die bestmögliche wahl in der jeweiligen situation und das kann einmal sein dass du dir kurz zeit nimmst einmal länger zeit nimmst und einmal gar nicht zeit nimmst je nachdem was jetzt das bestmöglichste für dich und für alle beteiligten ist und genauso ist es auch mit dem beispiel auf der straße es kann sein dass du das registrierst dass du freundlich bist und sagst kann irgendwas ich bin selber unter druck nur trotzdem kann irgendwas tun dass du trotzdem dich als mensch erweist und weiter gehst das heißt auch da hast du noch viele möglichkeiten wie du was priorisieren ordnen und vor allem wie du dann was kommunizieren kannst wie du deine entscheidung dann nach außen tragen kannst also zweiter große schmerz der bei entscheidungen immer mitschwingt du kannst es mit einer wertekollision mit einem wertekonflikt zu tun haben der dritte große schmerz der mitschwingt das ist der sogenannte schatten nehmen wir an du hast einen beruf der gefällt dir überhaupt nicht und jetzt wählst du für dich einen neuen beruf du schlagst irgendwie eine neue berufslaufbahn ein kündigst bei dem einen unternehmen möchtest zu einem neuen gehen mach dir bewusst auch deine neue entscheidung hat eine schattenseite das gibt nichts schlimmeres wenn ich oft menschen da hab die dann glauben wenn das ist dann ist irgendwie die ganze welt heil und alles ist wunderbar und da ist es wichtig hinzuschauen welche schatten warten dort auf dich ja also so ganz bewusst gehen die schatten hinein und so bin ja bereit diesen schatten auszuhalten ist es okay für mich und die vierte geschichte das ist ähnlich das ist das risiko das heißt wenn du etwas entscheidest du wirst nie wissen ob das wirklich 100 prozent die beste wahl ist die du jetzt entschieden hast es gibt einen wunderbaren satz wieder von Viktor Frankl der heißt half sure but whole hearted halb sicher aber vollstem herzen aus vollstem herzen die entscheidung treffen und das glaube ich ist der einzige satz den man da irgendwie sagen kann wenn es um diese risikodinge geht ganz bewusst in dieses risiko hinein mach dir bewusst ich kann nicht alle informationen im vorfeld wissen ich kann nicht alles abwägen ich riskiere jetzt das ich bringe es jetzt quasi so in die realität ich verwirkliche diese situation diese entscheidung jetzt mit vollstem herzen und wie könnte es anders sein auch ein franklischer satz die intention ist unser der effekt gottes das heißt was jetzt draus wird das übergibst du das ist nicht mehr in deiner macht das brauchst du auch nicht mehr irgendwie wissen lass dich drauf ein nur wichtig ist dann wie du mit dem ganzen thema umgehst und da ist dann so als allerletzten abschlusspunkt jetzt da dazu diese entschiedenheit diese entschiedenheit das ist was ganz wichtiges das heißt wenn du feststellst dass diese entscheidung nicht so super wurde du getroffen aus habe achtung vor dir und sagt zu dem zeitpunkt war das die beste entscheidung die ich treffen konnte und ich bin unglaublich dankbar für jede erfahrung die es mich gelehrt hat und jetzt bin ich gefordert neu zu entscheiden und damit fangt der prozess wieder von vorne an ae gh abwägen entscheiden es gut sein lassen handeln und dann bist du wieder voll drin und in der regel das leben geht deine wege gehen die sind dann oft vor geebnet vor gezeichnet geradeaus und dann stehst du wieder vor einer weggabelung und hast wieder die aufgabe eine entscheidung für dich zu treffen nimmst du jetzt den linken weg oder nimmst du jetzt den rechten weg so geht leben in diesem sinne mach dir gute entscheidungen vor deinem eigenen gewissen klar und deutlich vollziehe sie trau dir drüber du kannst du erfahrungen machen half sure but whole hearted alles alles gute deine christine so so Untertitelung. BR 2018